Ich planiere das Seatbord jetzt! Nicht gut. Alle fahren ja wie die letzten Vollidioten. Ich parke dann mal hier. Dann bin ich eigentlich ganz alleine hier unten. Warum hat er schon wieder mein Tarnmuster nicht übernommen? Das nervt. Wow! Als ob die immer wissen, wann sie um die Ecke springen müssen. 4 HP, na klar. Jetzt habe ich den... Schon wieder was vergessen einzustellen. Ja, genau! Er weiß genau, wann er um die Ecke rennen muss. Ist ja wieder klar. Da ist... Macht die Deathcam kürzer. Die ist einfach nur nervig, Jungs. Was ist denn bei B eigentlich? Ich spawn da. Meins. Wie heißt der? Sergeant Dildo? Ja, er steigt aus. Genau. Der heißt Sergeant Dildo. Oh man. Ohne Bordschütze fliegen. Immer sehr praktisch, ja. Boah. Ab. Vorhin war mein Team Hügel zum Gewinnen. Jetzt ist sie voll am Abkragen. Dann komm mal rein. Ich sag mich mal hier verpisten, oder? Ah, ich hab einen Bordschützer bekommen. Sorry Junge, ich wette hier tief. Ich werde nicht Lust haben. Au, ich bin hier weg, ist mir zu dumm. Von welcher Seite aus greife ich an? Denken, denken, denken. Da ist mir zu viel los, greife ich von da aus an. What the fuck schießt auf uns? Jet! Soll er weiter auf uns zu ballern. Alter, man glaubt nicht wie schwer es ist zu zielen, wenn der Heli dauernd so rumwackelt. Weil einfach nur alles rum laget. Ah, geil. Ah, nicht gut. Geil. Landen, landen. Ich kann das Ding noch retten. Ne, kann ich nicht mehr. Cool. Mal reparieren, Mann. Nice. Steig ein, Junge. Scheiße, das Ding brennt noch. Ey. Der Typ noch mitfliegen, dann soll er. Na, scheiß drauf. Peter will noch mitfliegen. Junge, steig ein. Jetzt steig rein. Was für eine Aktion. Was für eine Aktion. Schießen ab. Alles. Also, langsam bin ich genervt. Oh, wie das Ding legt. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Weg hier, weg hier, weg hier. Echt zu viel los in der Gegend. Ganz schön in der Lefa, der Flugkampf wäre. Den Tank da oben halt alle. Na bumm. Eiii. Zu tief. Ah, wie ich einfach Heli fliegen liebe. Wenn man einen gescheiten Bordschützen hat und ein halbwegs gescheites Team, ist das wunderbar. Und das sollte? Ja, okay, das sah cool aus. Ich greife mal zäh an, wenn der Heli nicht so wackeln würde. Was? Weg hier, weg hier, weg hier, Alter. Kacke. Ich hab ein bisschen die Kontrolle über das scheiß Ding verloren. Passiert. Was spawne ich auf dem? Ich spawne auf dem. Ich glaube, das war keine gute Idee, auf dem zu spawnen. Oh, war die knapp. Den nicht einheben. Oh Mann. Wieder diese Hänger, komischen Legs, dass ich meinen Maus nicht bescheid bewegen kann. Ich bewege dem Maus, nichts passiert. Manchmal kann ich auch nicht aufhören zu rennen. Ah ja, es ist permanent, wenn es ein Sniper in der Nähe ist. Hörten wir eben, konnte ich gerade nicht aufhören zu rennen. Einfach nur zum Kotzen. Ah, jetzt werden wir verstärkt. Cool. Natürlich wieder ein Verlierer-Team. Also, was sonst? Vorhin hat es noch gewonnen. Hilfe bei Kill 80. Na geil. Das gefällt mir nicht. Das war ein Gegner, da rennt er gerade mit. Oh Mann. Fuuuck. Hilfe. Ich will nicht sterben. Ich bin so jung zum Sterben. Hä? Der hat durch das ganze Beton-Ding durchgeballert. Genau. Und durch das Haus auch noch. Ja. Oh, Little Bird. Schon besetzt. Schade. Kleiner Vogel. Auf meinem Sergeant Dildo-Spawn. Versuchen mal C einzunehmen. Wir könnten theoretisch noch gewinnen. Bei den Tickets und wahrscheinlich. Äh, danke. Das sieht nicht so gut. Ich bin ja auch genial. Oh Mann. Ich bin ja das einsch. Schade. Ja. Ich habe es gut aus. очってる. Ich habe es gut aus. Ich habe es gut aus. Ich bin der einzige der versucht C anzug, wieso haben wir den nicht mehr? Scheiße, ey, wieso ist der Tote? In meinem Haus ist einer. Ah, kein Thema. Ey, wenn jetzt Pio wär. Was zum Teufel schießt ihr schon wieder auf mich? Ja, egal. Aber eine ganz okay Runde. 90% im Verliererteam, wie immer. Ist immer so, ich hab geile Runden, die ich nicht aufnehme. Sobald ich aufnehme, verliere ich. Sobald ich aufnehme. Sobald ich aufnehme. Sobald ich aufnehme. Ich f�re meine Gange. Und euch hier, dass ich aufnehme. Das ist ein Punkt. Vielen Dank.